Hallo, Tag mal wieder bei Grandia. Und zwar sind wir hier wieder immer noch am Ende der Welt bei dieser Mauer. Wir haben ein Camping gemacht, so ein kurzes Rastbla. Und jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Okay, was ist das? Einfach nicht beachten. Ich glaube, eben gerade habe ich eins berührt. Da ist so ein Kastending da runtergekommen. Ich glaube mal, das ist so ein Sensor, was das dann aktiviert. Oh. Warte mal. Hä? Ich sehe das nicht. Okay, dann ist das wahrscheinlich nichts. Was? Oh Mann. Das kann man... Man kann doch nicht mal gucken. Okay, ich habe irgendwie... Ach ja, ich habe mich ja geheilt. Deswegen habe ich volle TP. Gut. Da wollen wir mal wieder auf, hier ein bisschen kämpfen. Ich bin, glaube ich, gerade Stufe 6. Also die sechste Ebene von der Ende der Welt. Ich bin mal gespannt, wie lange ich da noch klettern muss. Ah ja. Jetzt ledigen wir erst mal diese Fledermäuse. Und dieses Gespenstding. Tschö. Oh, oh, oh. Okay. Ähm. Dann nutzen wir heilen. Das war falsch. Oder? Das war falsch, ja. Ich wollte es zuheilen. Egal. Beenden wir das mal schnell. Irgendwie kann... Ähm... Fina dem Geist nicht abziehen. Und ich weiß nicht wieso. Ich habe keine Ahnung wieso. Naja. So. Das war also so ein Kreisverkehr. Dann gehen wir mal erst mal zu sieben. Ey, man. Am liebsten würde ich mal nach oben gucken, um zu sehen, wie weit ich da noch kraxeln muss. Das ist echt nicht mehr feierlich. So. Wo war ich denn jetzt hier? Links oder... Nein. Ich. 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 Och, Mann. Das ist so random alles. Ich kann... Da drücke ich jetzt drauf. Okay. Keine Ahnung, was das bedeutet. Oh, 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 oh. Herzlichen Glückwunsch. Ich drücke da nochmal drauf. Warte mal. Geht nicht. Okay. Ähm. Ah, gut. Das bringt mich aber reichlich weh, nicht? So. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ah. Okay. Ich verstehe das Prinzip nicht, aber ich werde den Smart-Vogel erstmal erledigen. Das war der, wo ich dachte, das wäre ein Endgegner, aber... Ist eigentlich recht einfach gemessen. Aber wir machen mal einen Wastelash auf den. Weil auf die gleiche Schulter möchte ich ihn auch nicht nehmen. Äh. Ist das doch normal oder dreht Justin da gerade seine Runden? Guckt euch das mal an. Wollt ihr mich verarschen? Justin hat nichts gemacht? Ich habe dir ein Befehl gegeben. Er dreht seine Runden und dann verweigert er meinen Befehl und ich habe eine Runde weniger. Ey, das ist wieder typisch, dass das mir passiert. So. Zum Glück hatte ich das im Kasten. Kann ich der ganzen Welt beweisen, was für ein Anlacker ich bin. So. Ach ja, ich wollte heilen. Smaragdbombe. Oh. 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 Oh man. Oh man. Irgendwie finde ich das lustig. Warum? Weil ich einfach nur darüber lachen kann. Über mein Schicksal. Die Frage ist, wie wieder belebe ich die? Ich glaube, ich habe die Altex alle weggepackt. Kann ich die Verhörer? Gut. Oh. Oh. Das war nah. Ich benutze den jetzt einfach. Oder ich hätte vielleicht noch warten sollen. Aha. Warte mal, ist das der... Bin ich so hochgekommen? Dann gehen wir hier gleich wieder runter. Dann gehen wir hier lang. Ich glaube, ich bin da hochgekommen. Aber ich bin schon voll verwirrt. Schon wieder so einer. Oh man. Ah, da warte. Da ging es weiter. Okay. Okay. Sterben wäre gänzlich. Fail. Erstmal auf den Spark-Vogel. Aber diesmal dreht er wenigstens keine Runden. So. Waren das diese Geister? Ich glaube, der hat Finan eh nichts abgezogen. Dann greift Finan das da an. Unsichtbar. Das ist klasse. Unsichtbar tot. Oder unsichtbar unsichtbar. Unsichtbar unsichtbar. Scheiße. Wir machen das normale Heilen. Und zwar auf... Fiener. Justin. Die gehen irgendwie nie auf Justin. Ich weiß nicht wieso. Ey, wenn die unsichtbar sind, dann kann ich sie nicht angreifen. Was soll das? Komm, komm! 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 So. 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 Oh, ausweichen. So, jetzt hat Justin die Gunst der Stunde. Oh, so nicht schon wieder sterben. Wieso gehen die denn alle aufs zu, Mann? Die sind so blöd. Scheiß behinderten Geister. Der ist gleich schon wieder dran. Der. Weiß, hat er auch so ein Schild? Oh, Mann. So, ist zu. Walte deines Amtels und heil dich. Das ist ja schrecklich. So, und der muss jetzt gut beisagen. Gott, ey. Boah, das Spiel macht mich fertig. Nee, das ist ja ordentliche Erfahrungspunkte. So, Level höher, das gefällt mir. Das ist auch dringend nötig. So. Wobei Level hier, glaube ich, eh nicht so viel bringt. Okay. Ich wollte auf den Schalter. Dankeschön. Obwohl, nee, war es... Ach, egal. Scheiß drauf, Scheiß drauf. Ende der Welt 8. So. Fahrstuhl. Das ist kein Fahrstuhl. Ach, war doch ein Fahrstuhl. Es gibt da so eine schöne Taste. Die nennt sich... Ich wollte noch... Oh, Mann. Gegen den Laser finde ich schon noch was. Oh, 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 oh. Oh, das wackelt alles. Das wackelt, ich habe Angst. Oh Gott, wieso wackelt das alles? Was ist das? Oh Gott. Oh. So eine Scheiße. Was ist das? Ne, ich renne. Ich renne durch. Oh. Oh, ich renne durch. Oh, ich renne. Oh. Nein. Hallo? Hallo? Mann. Man geht's von... Ah so. Ist das vielleicht so ein Trick? Ich verstehe den Trick nicht. Hä? Oh, Leute. Nicht tisch, tisch. Die gehen doch gar nicht rein. Oh. Oh. Ha. Ha. Klasse. Gut. Super. Fail. Epic Fail. So, jetzt sind wir schon bei 9. Und... Es geht weiter. Scheiße, habe ich viel Energie verloren. Schade, dass man die Zauber nicht so benutzen kann. Könnte ich mich jetzt heilen. Vor kurzem habe ich die Gegenstände noch alle weggeschwissen, weil ich dachte, ich brauche die eh nicht. Und jetzt ist alles ein bisschen scheiße. Okay. Oh, ne. Nein. Ich habe doch gar nicht geheilt. Die Dreier gespannen. Okay, das kann ich gar nicht gewinnen. Ich habe keine Items und ich habe gar nichts. Alter. Alter, ich will. Boah, ist das heftig. So viel Adrenalin habe ich nicht verdient. Ey, die ziehen auch noch viel ab. Ich glaube 30 oder so. Das heißt, wenn alle drei da Bomben legen, kriege ich 90. Das schaffe ich nicht. Das ist komplett unmöglich. Zumo ist schneller werden, damit sie besser halten kann. Ich hoffe zumindest, dass das bewirkt, dass man eher drankommt da unten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So ein Scheiß. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Tja. Ja, also. Also, äh. Ich will ja nicht sagen, dass ich hier ein bisschen, äh, nichts tun kann, aber. Ich kann nichts tun. Also. Also. Ich bin echt fertig mit den Nerven, weil. Dann müsste ich auf dem, auf diesem Berg hier muss ich trainieren. Das geht? Geht das? Also auf jeden Fall. Hier kann ich auf jeden Fall nichts erreichen. Die Lebenspunkte, ey. Das ist komplett unmöglich. Kritischer Terrain. Das geht ein Feind. Oh, mache ich einfach mal. Ich habe ja. Oh, das hat ein bisschen was abgezogen. Unglaublich. Tod. Tod. So. Das ist, das geht gar nicht. Da kann ich nichts mehr machen. Null. Das ist richtig unmöglich. Oh Gott. Das ist alles meine letzte Chance. Oh Gott. Das hat nichts gebracht. Oh, es hat auch was gebracht. Ich bin nämlich normal dran. Aber, das hilft mir trotzdem noch weiter. Weil, die dann doch irgendwann dran sind. Und dann ist es vorbei. Oh Gott. Das bringt mir nichts, weil ich eh gleich sterbe. Aber danke. Oh. Nein. Nicht sterben. Oh Gott. Das ist so. Unmöglich. Aha. Boah. Das ist ein Stufe 3 Zauber. Oh, dann. Goodbye. Gut gespielt. Gut gekämpft. Ich werde auf jeden Fall den Part hier weitermachen. Bei dem Kampf. Bei dem Fight. Aber ich werde irgendwie vorher vorher trainieren oder so. Weil so geht das echt nicht weiter. Es ist unglaublich. Warte mal, wo starte ich denn jetzt? Jetzt gucken wir uns das mal an. Ich starte nämlich, glaube ich, nirgends. Weil ich da nicht wirklich was gespeichert habe. So, jetzt tun wir mal so, als ob wir hier so ganz normal get over, ne? Dann gehen wir jetzt auf Laden. Ne? Dann stellen wir so fest. Oh, ist keine Amerikaner drin. Da ist auch keine. Also müsste man von vorne anfangen. Ja, gut. Dann, dann fange ich mal von vorne an. Und, äh. Äh. Spiel bis dann dahin, ne? Also. Ich fange schon mal an. Wir sehen uns dann, wenn ich wieder so weit bin. Bis dann. Tschüss.